Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt. Wir spielen Ixion. Ixion ist ein Spiel, wo es wohl darum geht, dass die Erde mittlerweile die besten Zeiten hinter sich hat, also in naher Zukunft. Und ja, dass wir Leute auf ein Schiff laden und uns eine neue Welt suchen. Und dieser ganze Schiffsbau und so weiter, dieser Stationsbau und so weiter, ist also wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, Bestandteil des Spiels, nicht nur die Reise. Das so mal als kurzer Überblick. Wie gesagt, ich habe selber noch nicht reingeguckt, wie das ja so üblich ist. Dies ist nur eine Demo. Die Demo ist noch bis zum 28.02., also an dem Tag, wo diese Folge hier erscheinen wird. Bis dahin ist die Demo noch spielbar auf Steam, kostenlos zum Runterladen. Und ja, wird dann wohl irgendwann released werden, das Spiel. Keine Ahnung wann. Ich habe jetzt auch nicht im Hinterkopf, was da drin stand, wann das sein soll. Ob erste, zweite, dritte, vierte Quartal, keine Ahnung. Wie gesagt, könnt ihr bei Steam gucken. Ja, Preis steht wohl auch noch nicht fest. Und ja, gut. Wir fangen einfach mal an. Tutorial habe ich angelassen, damit wir ja erst mal so ein bisschen an das Ganze herangeführt wird. Werden. Das Ganze herangeführt werden. Ja, genau. Ja, deutsche Sprache, schwere Sprache. Oh, jetzt kriege ich auch noch Knoten in der Zunge. Na gut. Schauen wir uns mal das Intro an. Ich halte dabei dann am besten mal die Klappe. Schauen wir uns mal die Klappe. Klappe. Ja, Bundeskarten sind Podium. Es ist imitiert. Klappe. Klappe. 10, 9, 8 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 No sequence complete. EMP channel 4, OR 4-bit Transfer data to Inhaven Let's go see BVS Tycoon to EMP You have clearance for final approach EMP channel You have been assigned to Tycoon Ducky Bay Welcome on board passengers Shuttle EMV Charon is now docked Sector 1 empowered and pressurized Munchy decontamination protocol online Disembarkation authorized Message to crew members Welcome on board the Tycoon Property of Dolus Aerospace Engineering Corporation You will soon be given your assignments But until then Please continue to wait near the Ducky Bay We hope you have a productive voyage And would like to thank you For your contribution towards humanity's future Administrator, I am Eden The personal assistant installed on board the Tycoon In accordance with the Munchy protocol I have been designed to take into consideration Your complete psychological profile So that I may more accurately respond To any needs you may have My primary purpose is to ensure The Tycoon's automated systems function efficiently I will keep track of the tasks that are necessary For you to fulfill your prerogative Of reaching Proxima Centauri And carrying out field research Mining operations Manufacturing protocols And Dolus colonization tests Jawohl Das war also der Vorspann Wir sind jetzt hier auf dieser Station Oder beziehungsweise diesem Welten Schiff könnte man es vielleicht nennen Und wir wollen Richtung Alpha Centauri Das da oben ist unser Schiff Das sind noch irgendwelche Sachen die hier rumfliegen Wir sagen jetzt einfach mal Nächste Diskussion Wahrscheinlich nächste Aufgabe Undolus Administrator I wanted to introduce you to your first tasks personally Undolus is Cryonic's lead Marduk council member Giovanni Battista So Let's see Your first objective Will be to begin setting up essential infrastructure Aboard the Tycoon Beating the environmental conditions That are required to support your crew Having laid these foundations You will then oversee the installation of the Vol engine And perform a short test jump to Proxima Centauri Upon arrival Your research teams Will carry out a brief survey of local space Gather a few rock and coal dust samples Fire up the colonization protocol Begin building the foundations for mankind's future Yadda 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 And then you'll come back Now In order to achieve this You'll need to familiarize yourself with the Tycoon's core functions It's no big deal There's the production Stockpiling and distribution of resources Construction Balancing of power output with allocation Oh And space exploration You know Setting out expeditions and all that Basically Everything needed to establish scientific advancement And harmonious autonomy Onboard the Tycoon Following the first test of its Vol engine Eden's gonna display and keep track of your main objectives Oh And Administrator Don't let the position go to your head Veneer has insisted to center Dolos' focus on the Tycoon But this mission Is just in preparation for our next project The Protagoras The Marduk Council worked damn hard to pull this mission together ahead of schedule So Toe the line Do as you're told And bring the Tycoon back in one piece Leave the grand gestures and saving of mankind from ecosystemic destruction to us Okay? One last word of advice We don't all think like Veneer Dolos As of yet No human law has been officially established amongst the stars That sounds like an opportunity knocking to me Okay Also Wir sollen jetzt erstmal Ähm Eine Grund Ja So ein Grunddinger aufbauen Halde Ja Gut Wir sollen erstmal Neide das interessiert uns noch nicht eine werkstatt nicht sondern eine halbe sozusagen würde ich sagen da ist wenig platz machen wir hier eine so und der sagen wir dann auch was verein lagern sollen und zwar würde ich sagen wovon haben wir viel und diesen was so aussieht wie träger die sollst du einlagern genau regierung der wohl die sitzt einlagern kannst ja hier schon mal anfangen wie machen wir das jetzt dass das eingelagert das war falsch kann ich das auch wieder aufreißen offensichtlich nicht also muss ich eine straße hin zeit läuft was haben wir denn hier noch größtenteils ist es dieses jahr aber wir haben auch dass dann machen wir das jetzt anders dann lagern wir das ein und bauen noch so ein lager okay wir müssen dann war das doch richtig die 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 Bombe ihn an der Werkstatt. Das möchte ich gerne wieder abreißen. Wie drehe ich das? Muss ich doch da hinsetzen. Kommt hier tatsächlich das hin? Das ist dumm gelaufen. Pause. Das hier möchte ich nochmal abreißen. Ich hätte das nicht vorher drehen müssen. Wie reiß ich ab? Machen wir mal Pause. Ich brauche die Zeit nicht ewig verlaufen. Das ist es nicht. Gebäude wahrscheinlich. Das weg. Genau. Und das auch weg. Das weg. Das weg. Das weg. Ich befürchte mal, der hat jetzt die Ressourcen nicht zurückgegeben. Können können das sein? Doch, das Ding ist da. Jetzt können wir ihm sagen, das sollst du einlagern. Jawoll, jetzt funktioniert es. Oh, das war jetzt aber eine schwere Geburt. So, dann bauen wir mal Straße. Darüber. Die Straße wird wohl gebaut. Wollen wir mal schneller, mal gucken was passiert. Ich baue die Straße nicht. Warum nicht? Die Straße müssen, um die Straße zu spätigen. Ja, die verschiedenen Ressourcen ist klar. Ja, dann gucken wir mal, ob wir noch ein Lager bauen können. Dann lasse ich mal eine Luft dazwischen. Die Luft dazwischen? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Warum baut er die Straßen nicht? Administrator, I have established a connection with Dulles' lead data scientist, Emma Klain. Administrator, Mr. Dulles has made it abundantly clear when it comes to security. Given the importance of the tycoon, we must have full control over what is happening inside the station. My name is Emma Klain, Dulles' lead data scientist and member of the Marduk Council. My department have just completed final synchronization between Eden and our data treatment tool, the DLS. The DLS, or data listening system, is capable of scanning, recording, and parsing exchanges of any kind. The DLS programming that is a part of Eden will filter all data collected and bring to your attention only the most relevant information. It will also provide you with a condensed overview of any situations that may arise and formulate potential future outcomes. It will permit you to give direct orders without having to go through additional, unnecessary paperwork. Eden will then take care of everything via their DLS accreditation. As is often the case with tools produced by my department, I think you'll find that once you start using the DLS, you'll never be able to do without it. Oh, and before I let you go ahead and start writing history, Dr. Munshi, our lead medical expert, wanted me to bring to your attention a possible side effect of vole jumping. Whilst there is a correlation between prolonged space travel and the development of early-onset dementia, he believes that a vole jump has the potential to accelerate this process, although this is yet to be proven. His recommendation is for you to immediately send any crew members that are exhibiting uncharacteristic or symptomatic behavior to an infirmary, as these facilities are equipped to treat the mind as well as the body. Remember that all of your actions and choices are being recorded by Eden. We are not affiliated with any national or even international organization. The only people that you are answerable to are those of us who sit on the Marduk Council, who represent the collective interests and ambitions of the company. Good. Also, wir sollen uns jetzt auch noch um die Bedürfnisse und weil Leute kümmern. Auch wenn wir da noch nix haben. Ach so, doch hier wohnen, Gebäude, Nahrung, Gesundheit, Fabriken. Also, wir können jetzt hier Lager bauen und dafür brauchen wir ja insgesamt auch mehrere, wenn ich das richtig sehe. So, das hier ist fertig. Da kommt jetzt aber erst mal die Lebensmittel rein. So, dann bauen wir noch eine Straße. So, das war hier durch und hier lang und das muss weg. Wir brauchen Wohngebäude, Quartiere. Die sollten wir vielleicht nicht direkt so dran bauen, sondern die setzen wir erst mal da hin. Und ein zweites. Und ein drittes. Eine Andockbucht. Ein Speisesaal. Okay, den machen wir vielleicht mal so ein bisschen zentral, ne? Durch oben an die Straße mit dran. Genau. Gesundheit, also eine Krankenstation, macht ja auch durchaus Sinn. Aber dafür haben wir im Augenblick, denke ich, noch keinen Platz. Wir bauen mal weiter hier die Straße. Da lang. Und da lang. Und dann kann man mich hier noch eine zweite Reihe. Dann setzen wir mal die Priorität hoch. Dann setzen wir mal die Priorität hoch. Ah, wir müssen auf die Nahrung klicken. So läuft das. Ah, okay. 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 Gut, dann können wir wieder Straßenbau. So, nämlich dieses Stück hier und Straßenabriss. Genau. So, da bauen wir auch noch durch. Da ist der Speisesaal, der wird noch leer geräumt. So, jetzt müssen wir jetzt. Gesundheit hat man gesagt. Eine Krankenstation. Ich würde sagen, die Krankenstation setze ich. Da hin kann ich nicht. Warum nicht? Also, nicht genug Leute oder wie? Fabriken. Ein Techniklabor. Das ist groß. Und ich vermute mal, dass das wieder eins dieser Gebäude ist, was man an den Rand setzen muss. Ah, hier zum Beispiel. Ne, muss nicht an den Rand. Okay. Okay. Also, Straßenbau. Und wenn wir das hier weg haben, was jetzt erstmal Priorität hat. Dann müssen wir das hier irgendwie noch wegkriegen. Das sind irgendwelche anderen Sachen. So. Eine Speisesaal haben wir doch schon. Eingehend über die Frage. Eingehend über die Frage. Eingehend über die Frage. Eingehend über die Frage. So, aber bevor wir jetzt hier weitermachen. Wir sind am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da in einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis dann. Tschüss. Fiona. Mach 영상. Mach. Mach. F Mach. Mach. Musik. Es sind in dieAPP, mich.